Du, was zuck ich denn noch? Outlast hab ich grad gezockt, oh mein scheiß Geschwister, ich hab mir in die Hosen gekackt. Ich spiel das scheiß Spiel nie wieder. Ohne Witz, man. Das ist voll hässlich, Alter. Ich frag mich immer, was für ein Spast auf solche Ideen kommt. Weiß ich, hab ja schon mega die behinderten Ideen. Aber der Typ, der kommt noch auf krassere Ideen. Wie kann man so ein scheiß Spiel produzieren, Junge? Das ist heftig, ey. Oha, man, da ist der. Wie hast du das gefixt, Mann? Du hast geschickt, oder? Nix. Hä? Nix. Ein Kumpel. Hä? Na klar, ein Mädchen, ey, guck dir diesen Bart an. Nein, ich doch nicht. Ich hab nur hier ganze Wand hier vollgekleistert damit, einfach so aus Spaß. Ja, Mann, ohne Scheiß, das war gar nicht so einfach, weil ich hab versucht, dass keine weiße Stelle mehr übrig ist von der Wand, weißt du? Und die Poster sind alle so abgefuckt, ähm, verschieden lang und dann musste ich das so zuschneiden. Das ist, das war so scheiße, Mann. Was läuft, Mann? Ein Spiel spielen, was willst du denn spielen? Ich wollte eigentlich schon vor ein paar Tagen hier Chatlet aufnehmen, ne? Und dann komm ich so und ich guck so den Spiegel eines Morgs, Junge, ich hatte so einen Pickel. Ich schwör's dir, ne? Der ist immer noch da, aber jetzt ist er kleiner geworden. Ohne Scheiß, ich bin wegen so, wegen diesem Teil bin ich nicht in Chatlet gegangen, ich schwör's dir. Junge, der war so groß, ich schwör, Alter, ohne Scheiß, Mann. Ernsthaft, schon der Zweite mit dieser Maske, Mann, ohne Witz. Hallo, 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 hallo. Okay, okay. Ich warte, ganz ruhig. Ja, Mann, ich spiel, geht ja. Du bist viel zu leid, Mann, nimm die Maske ab, ich schwör's dir, du bist viel zu leid. Jetzt bist du ein bisschen lauter. Schrei einfach, schrei einfach richtig laut, so, hä? Ja, ja, Theorie. Okay, was meinst du, was mach ich denn, was mach ich denn für Führerschein? Wie alt bist du? Was denkst du? Weiß ne, warte. 17, 18 bist du, oder? Nein? 15, Digga, 15. Ja, okay, dann machst du Rollerführerschein, eindeutig, Rollerführerschein. Ja. Okay, Mann, dann wünsche ich dir noch heute viel Erfolg bei deiner Fahrschule. Oh, ernsthaft, Mann. Digga, ernsthaft. Ein tanzender Bär. Ein Teddybär. Ein tanzender Teddybär, Mann. Sup, 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 sup. Was geht da? Was geht da? Ja, hast du den Scream da hinten gemalt, oder was? Klar. Richtig geil, Mann, ich schwörst dir. Nicht schlecht, ey. Weißt du, ich hab früher auch immer so gedacht in der Schule, ja, Mann, ich bin der beste Zeichner. Ich guck mir das heute an, ich schwörste, ich hab mich hundertprozentig jedes Mal blabiert. Ja, Mikro, ey, wie geht's dir? Servus! CSGO! Was geht bei euch? Adels, was für einen Rang hast du bei CSGO? MG2, Mann. Oh, genau. Ich komm weiter nicht, irgendwie, ohne Scheiß, ich komm einfach nicht für, das fackt mich nicht, ich hab. Bitch, ey, bei mir. Vielleicht bei dir, Mann. Mit einem Hund und Eistee, so muss das Warte, ist das Eis, das ist Eis, das ist 100%ig Eis, ich kann das bisherig, ey, ich schwörst dir. Weniger Geschmack? Kuh, aber nicht. Pfirsich. Nein, 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 warte, 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 Zitrone, Junge, das ist gelb, oder? Zitrone, Korsche. Ja, ja. Das ist doch ganz blöde, der Scheiß. Das ist Sherlock Move 3 auf 5. Zieht ihr da zu Hause Gangbang ab, oder was? Ja. Krasser Scheiß, Mann. Wir hatten uns auch schon, glaube ich. Hatten wir das? Ich kann mich jetzt nicht... Ich weiß es nicht, Mann. Oh, keine Nasenlöcher. Mhh, keine Nasenlöcher. Eure Freundin sieht auch total verpeilt aus. Was habt ihr mit ihr gemacht, Mann? Das sieht sehr feilt aus, hast du gehört? Ja, aber dankeschön. Bitteschön. Hast du noch was zu trinken? Naja, wie ne? Da ist doch Eis, der Mann. Naja, guck. Ne, pass auf. Wir, hier schon die ganze Zeit gesessen, rumgeschaltet immer. Und dann kamen halt immer so geile Bilder von irgendwelchen Schwänzen, ne? Ich trinke gerade verschlucken, ich übelst, weil ich lachen muss. Ne. Ja, guck mal, die Jungs machen das extra für dich, ne? Sie machen extra Chat-Thread an, damit du das alles sehen kannst. Ist das Blue Yeti? Nein, Mann, das ist... Jo, was ist das überhaupt? T-Bone SC44. Hattest du eine harte Nacht, oder warum siehst du so verpeilt aus? Ich? Ja, nein, keine Ahnung. Kann sein. Ich sehe frisch und rot aus, obwohl ich kaum habe. Die Jungs sehen alle so mit bester Laune aus. Und du siehst total am Arsch aus. Ich bin einfach nur ehrlich, okay? Ich bin einfach nur ehrlich. Weiber. Eure Fußhupe ist weggerannt. Ne, die bleibt hier unten. Achso. Ich bin nicht ohne Fußhupe. Ich habe auch... Ich habe auch eine Fußhupe, die liegt hier auch. Ist das ein... Hey, Schäferhund oder Husky? Schäferhund. Du wirst nur am rumlaufen, ne? Die muss ja sich irgendwie präsentieren vor euch, hallo. Hä, wo sind die jetzt hin? Wir gehen in die Küche. Die wollen sich was vertrinken. Nein. Habt ihr Rollentausch gemacht, oder? Also Jungs in die Küche? Ja, immer. Ich lasse mich hier... Ne, ich wollte gerade verwöhnen sagen, aber jetzt hört sich dann wieder falsch an. Ach Quatsch, sind doch nur vier Jungs da, oder so? Das geht, man. Wie der Eis kalt am Zocken ist. Und mich nicht mal bemerkt. Ich sitze hier schon seit zwei Stunden. Schau dir zu, was du da machst. Ja, ist gerade erst gekommen. Pssst, das. Du bist ein COD-Zocker, das sehe ich sofort. Und FIFA-Zocker, das sehe ich auch sofort. Ja. Hab ich recht, Mann? Ja. Ja, Mann. Hellseesche Kräfte, Alter. Was ist mit meiner Cam los? Die hängen... FIFA-Zocker, oder? FIFA-3-Zocker, oder? CS4-Zocker, oder? GTA-Zocker, oder? Ja, das hast du hier, Junge. Das zählt nicht. Aber scheiße, was ist mit meiner Cam passiert, ey? Wieso zeigt sie keine Activision? Okay. Also du führst sozusagen so ein chilliges Gamer-Leben. Ja. Ah, Mann, so muss das. Besser Gamer, als irgendwie draußen scheiße bauen. Es gibt Leute in meinem Alter, die schon kiffen, und so weiter. Ja, das ist... Deine Freestyle am Rampel. Digga, zu heiß, ne? Zu heiß, oh mein Scheiß. Zu heiß zum Chat-Troilett einfach angezogen zu... So muss das, Junge. Weißt du, solange das richtige Vibe kommt, zocke ich einfach und warte mit den Wichsen. Oh, Mann, du... Ohne Scheiß, du bist der beste Schwester. Oh, Mann. Alles cool bei dir? Nice, Mann. Ohne Scheiß, Alter, das ist echt... Echt gute Zeitvertreib, weißt du? Man wartet mit den Wichsen einfach. Man hält einfach das Pad sofort. Ohne Scheiß, Junge. Ohne Scheiß, Junge, du hast mich zum Heulen gebracht. Dein straffer Oberkörper kommt im Video vor. Ohne Scheiß, Junge, du hast meinen Tag heute versüßt, beziehungsweise meinen Abend. Ach, ich sei da zu zweit. Ich dachte, das ist irgendwie ein Stuhl. Hey, Mann, was geht ab? Alles cool bei euch? Nice, Mann. Sauft ihr da, oder was? Am Helm? Am Helm? Achso, ja, okay. Ich bin stolz auf euch, Jungs. So muss das. Man muss immer gegen Alkohol und gegen Drogen sein. So, Mann. Und das sagt euch ein Russe. Und das sagt euch ein Russe. Alles klar, Jungs. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ne? Zockt nicht zu viel. Geht früh schlafen. Alles klar, man sieht sich. Richtig gut, Mann. Scheiß, du bist der deutsche Shaming. Alles außer B2. Ja, Mann. Was? Bin ich jetzt nicht so überrangt von dir? Wettefield und GTA? Ja, Mann. Ohne Scheiß. Guck mal. Bei mir ist das so. Ich war eigentlich immer auf Konsole unterwegs, ne? Dann kam der Tag, an dem ich mir meinen Rechner zugelegt hab. Was ich als erstes mache? Ich kauf mir natürlich ein W3 zu dem Zeitpunkt, ne? Es ist ja logisch, ja. Ist halt normal. Auf der Konsole war ich der übelste Motherfucker. Ich komm auf den PC, Junge. Ich werde misshandelt wie so ein dreckiger Noob, Mann. Weißt du? PC ist wunderbar. Okay, dann dachte ich mir, egal. Scheiß drauf. Kaufe ich mir BO2. Habe ich mir geholt. Ich werde da auch richtig zur Sau gemacht, Junge. Ohne Scheiß. Also auf Konsole ging das noch alles fit. Da war das gar kein Problem. Alles easy. Auf PC, Junge. Ich, keine Ahnung. Ich kann alles auf PC zocken, bloß kein COD. Keine Ahnung. Mir klappt das irgendwie nicht ganz. Sehr gut. Ist ja einfach schlimm, Mann. Ist ja was. Meinst du? Die Deutschen schwitzen einfach ungewohnt. Ja, ohne Scheiß. Guck mal. Das werden ja auch immer diese Noob-Lobbys gesucht. Und dann, wenn man gerade in das Spiel reinkommt und die ganze Zeit richtig fertig gemacht wird, hat man auch gar keinen Bock mehr. Ohne Scheiß. Also ist mir die ganze Zeit passiert. Ich hatte nach ein, zwei Runden keinen Bock mehr. Ohne Scheiß, Mann. Ich sitze hier schon und spiele mit der Pinzette. Ich weiß, du bist hier so ein Katalog. Ich mache mir die ganze Zeit stückchenweise kaputt und warte, bis irgendjemand normaler kommt, mit dem ich mich unterhalten kann. Also mehr oder weniger normaler, weißt du? Ja, du bist, Brüder, du bist Russe. Ich bin Russe. Nee, ich bin Kassacher. Aber hey, es ist nicht weit voneinander entfernt, okay? Ja, ich komme da eben von die Grenze Russe. Ja, im Inneren sind wir doch alle Brüder. Im Inneren sind wir alle Brüder, Mann. Alle auf dem Planeten sind alle Brüder, Mann. Ja, Mann, Mensch ist Mensch. Es gibt zwar beschissene Menschen, aber ist trotzdem ein Mensch. Wach auf. Hallo. Pennt er einfach. Unglaublich. Harte Nacht, Kollege. Pennt in einer Käppi. Ja, Mann. Und die Jugend von heute. Ganz ehrlich, Mann. Aber Pacal ja für diese Dessen. Ja, es so, Mann. Ungeschwe segurança. Gesteht, die sich aus dem Gesicht ausger olsen. Es ist müsste... Digger, wie fühlt es sich so aus überspielt. Glock, Glock, Glock. operating. Und wieder Spieれない. Und wieder laufen.